Gerade bei Männern ist es sehr attraktiv, wenn die Joe-Line richtig eine Kontur zeigt und hierzu haben wir viele verschiedene Möglichkeiten, unter anderem die Gesichtsverschmälung und dann aber zugleich auch die Joe-Line Aufbau. Hier erfolgt dies jetzt im Einzelnen, die Injektion und dann hat man eine konturreiche und attraktiv maskulinen Look, das viele Patienten, auch viele Männer natürlich bevorzugen. Die Behandlung erfolgt manchmal in mehreren Schritten, wie in diesem Fall, aber die erste Behandlung zeigen wir jetzt schon mal, sodass die Fettpölsterchen im Halsbereich dann weniger sichtbar sind und die Kontur mehr herauskommt. Das benötigt noch ein wenig Zeit in der Behandlung, allerdings kann es nach 10 Tagen schon mal ein sehr, sehr schönes Ergebnis hier zeigen. Das erste Ergebnis sieht man allerdings jetzt schon, damit diese Kontur hier deutlich hervorkommt. Der Behandlung ist so wichtig, also von der Behandlung. Untertitelung des ZDF, 2020